2008 war ein tolles Jahr für die Linke. Viele neue Mitglieder sind zu uns gekommen, in vier westdeutschen Parlamenten konnten wir als Fraktion einziehen und wir haben den politischen Diskurs stark mitgeprägt. 2008 hat auch gezeigt, links wirkt. Der Mindestlohn für einige Branchen, ein Schulstarterpaket für die ärmsten Kinder und die Begrenzung der Managergehälter. Das sind nur einige Maßnahmen, die erst auf Druck der Linken überhaupt eingeführt worden sind. 2008 hat auch gezeigt, wie recht die Gipfelproteste mit ihrer Kritik am globalen Finanzcasino hatten. Wie gut, dass es jetzt eine bundesweit verankerte Partei gibt, die eine klare Alternative zu bieten hat, den demokratischen Sozialismus. 2008 haben die herrschenden Parteien verloren. Streiten wir dafür, dass sich dieser Trend 2009 fortsetzt. Gipfel, nicht bei dieser Entschlacht werden wir nicht. Vielen Dank.